Also weißt du, dass ich auch vom Image einfach ein bisschen besser rüberkomme. Läufst du? Super! Hey, Jungs! Alles klar? Okay, hier bin hart gearbeitet. Dirk, der 5. Ha, verweigert. Ja, Spaß. Jungs, ich wollte einfach mal aufgehören, wie ist die Stimmung, wie geht es euch? Konzentrierende Arbeitsatmosphäre, da wird man schon mal Kleinigkeiten nicht wahr. Da ist man hochkonzentriert, so wird hier am Theater gearbeitet. Thomas, ähm, sag mal privat, wie läuft es bei ihr? Ja, okay. Ja, super. Ja, danke dir, bei mir auch. Oh, ja, oh, so. Alles klar. Ja, wenn ihr das vielleicht einfach da rüberschieben könntet, das wäre super. Genau, einfach mal da, da in die Wand, wo ich angeblich Tipps gebe, weiß ich nicht. Man verliert den Chef nicht ganz, auch wenn es im Privaten vermisst und sehr kumpelhaft und vollständig wird. Genau, den Hammer, wenn du wenigstens mitnehmen könntest. Super. Ah ja, genau, die Leiter hier in die Mitte am besten. Sorry. Sondern, Jungs, ähm, ganz kurz. Was macht ihr eigentlich? Hatten wir das schon besprochen, dass ihr den in den Saar renoviert, oder? Ja, irgendwie, den Umbau. Ja, da merkt man doch gleich eine Veränderung auch vom Betriebsklima her. Ja, da merkt man doch gar nicht. Ja, da bescheiden es sich dann mit diesem Marktcod heelschen. Das kommt ja nicht und sehr, es geht schon gleich vorbei vor.